Hallo und willkommen zu einem neuen Video und zwar kann man jetzt All The Games auch offiziell auf Bedrock spielen, wie das geht. Schaut auf meinen Discord-Server, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, genau, das könnt ihr jetzt machen unter Java und unter Bedrock könnt ihr jetzt All The Games spielen. Das ist geil, oder?